Willkommen zu einer Runde Wanna Ones auf Timolia und mein Gegner hat auch verstanden, wie der Spielmodus funktioniert. Ach, dann kann er jetzt plötzlich doch runterkommen. Naja, ich habe heute Deutsch geschrieben, an der Stelle einmal ganz kurz Danke an Widow.EQ. Und meine Lehrerin auch so vor der Klausur. Yo, also der Text, den ich genommen habe, der ist super dankbar und da wird jeder auch was mit verstehen und jeder was anfangen können. Ich schaue so in der Klausur, äh, in der Klausur schaue ich so auf den Text. Fängt mir nur so, ist das jetzt, ist das jetzt gerade eine Runde? Verpiste! Sie missgeworfen! Aber allgemein weiß ich absolut nicht, wie mich das weiterbringen soll im späteren Leben, wenn ich einfach nur auf ganz entspannt weiß, wie man ein scheiß Gedicht interpretieren soll. Achso, und by the way, den fällt vielleicht nochmal in Montage irgendwann morgen oder so. Ich habe auch mal aus Spaß Brian's Aufnahmesettings, ähm, übernommen für das Video. Und ich weiß nicht, ob der jede Aufnahme nach, also ob der nach dem Schneiden jede Aufnahme löscht. Ich persönlich finde halt so 700 GB pro Millisekunde nicht ganz so nice für meine HDD. Vor allem mit Ausnahme von ein paar Komplett-Waveset-Aufnahmen noch nie irgendeine Aufnahme gelöscht. Also ich habe noch alles von 2017 an auf meinem Rechner. Machst du bei Naro, warum mit? Da bin ich dann auch wieder komplett raus. Da habe ich bestimmt Tschüss. Ja, der Typ schwitzt halt schon ziemlich hart rein. By the way, folgt mir mal auf Instagram, das könnte sich heute lohnen, so storytechnisch. Immer wenn irgendwas Interessantes in meinem Leben ist, brauche ich da einen Haufen Storybooks raus. Und ihr könnt euch meine USA-Highlights anschauen, wenn ihr die noch nicht gesehen habt. Wenn man jetzt schon mal beim Thema USA ist, der Vlog kommt bestimmt irgendwann. Aber ich bin leider optimistisch, dass er nicht mehr dieses Jahr kommt. Und zwar, das war es komplett. Jo, also der Vlog kommt vielleicht 2020, vielleicht aber auch erst 2021 raus. Ne, also Real Talk. Ich muss erstmal den Gamescom-Vlog zu Ende schneiden und der Typ geht mir so hart auf den Sack. Und danach kann ich über den USA-Vlog nachdenken mal. Hey, wie kann man so hässlich reinschwitzen? Jo. Man kann es halt auch einfach übertreiben mit der Hurensönnigkeit, ne? Das ist halt so ein bisschen der Punkt. Das war eine Sick. Komm, wo muss ich mir einfach mal ganz kurz so an der Stelle zugestehen? Ja, ich glaube auch eigentlich, dass ich die jetzt haben sollte, wenn ich mich jetzt nicht ein bisschen vergappe. Ja, komm. Ease in den Chat, um sie mehr zu machen, weil das eine **** über Ende. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch gerne Like, Kommi, Abo, etc. Und wenn ihr wollt, dass ich meiner Lehrerin die Presse poliere. Das ist natürlich logisch, weil für das Gedicht hat sie es eigentlich jetzt nicht so viel anders verliebt. Bis dahin. Ciao.